was ist das beste wenn mein vater da ist? frische tomatensauce, wuuuuh guten morgen meine kinder die sonne ist hoch aber meine lust zu leben ist tief guten morgen tomaten und mozzarella zum frühstück? yes für alle von euch die sich fragen was ich den ganzen tag so mache jede paar tage ich komme zu den margheriten zum beispiel und ich schneide die trockene blumen weg und ja ich pflege meine babys gut wie hübsch sie sind kleine frage an euch wenn zum beispiel diese rotse dann verblütet ist schneidet sie man hier oder schneidet sie man hier ich habe sie immer da unten geschnitten aber die sehen dann so aus ist das normal? help! i'm so sad right now too late i'm so sad right now too late i'm so sad right now too late